So, legen Sie los. Ich fand an dieser Veranstaltung gar nicht so sehr das Ergebnis bemerkenswert, was natürlich schon auch erstaunlich ist, sondern vor allem den Prozess, den Diskussionsprozess, der zu diesem Ergebnis geführt hat. Wir haben alle, glaube ich, sehr viel gelernt in diesen zwei Tagen und ich hoffe sehr stark, dass dieser Diskussionsprozess jetzt weitergetragen werden kann in die Region und dass viele Mitglieder sich an diesem Diskussionsprozess beteiligen. Vielen Dank.